Hallo miteinander. Ich möchte mich heute mal vorstellen. Mein Name ist Jürgen Kraft, genannt der Enstahlplattenquetscher. Warum Enstahlplattenquetscher? Ich wohne auf der Enstnagolplatte und spiele Quetsche. In einem kleinen Dorf namens Würzbach bin ich seit 43 Jahren zu Hause und fühle mich dort sehr wohl. Und deswegen habe ich ein kleines Lied zusammengestellt, wieder Feuer aus dem Kopf, und zwar das Würzbacher Anerlein und wünsche euch viel Spaß dabei. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal!